Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon und eurem Gamerbrother und mit dabei ist Teezy! Schuubisch! Ja, wir sind auch mal am Start hier und wir wissen, dass Timo ein paar Halsprobleme hat. Er möchte uns mal ganz kurz sein Problem hier schildern. Was für Probleme hast du, Timo? Ja, er traut sich, er hat hier gerade noch was. Ja gut, ne, vielleicht ist hier gerade irgendein Medizinstudent oder so vielleicht bei Gamerbrowski auf dem Kanal. Und zwar, mir tut nur die rechte Hälfte vom Hals weg. Vom Wald. Beim Schlucken nur rechts, Jungs. Hat jemand da einen Tipp? Aber man muss sagen, dir geht's aber gut, du bist fit, du fühlst dich gerade, weil ich fit. Ja, mir geht's ja gut, nur beim Schlucken hinten rechts, äh, schreibt gerade unter unser letztes Insta-Bild. Hallo, Motherfucker! Jungs, wir sind auf jeden Fall heute mit einem Discard-Battle am Start. Das heißt, wir haben uns beide den guten Stirnband Hernandez-Legende rausgesucht. Um den geht's jetzt, wir bauen beide Parteien jetzt hier einen Draft. Und einfach ganz simpel, wer das höhere Draft gebaut, der gewinnt. Und Grammatik ist nicht da. Läuft bei dir, brah! Nice! Nice! Ja komm, dann lass uns losstarten, wir wollen mich besiegen! Ja, und wer, wer verliert, äh, muss den, äh, Stirnband abstoßen, ne? Ja, muss Stirnband einander abstoßen. Mann, haben wir mit dem schöne Zeit in FIFA 17 verbracht. Ich würde sagen, wir gehen rein. Jungs, lasst auf jeden Fall einen Daumen da, falls ihr Bock auf mehr solcher Discard-Battles habt. Die habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Und, äh, ihr seid auch bei der Formation? Äh, wir hat jemand noch gar nicht gedrückt, du kennst die. Ja, stark, sehr gut. Ich bin bei der Formation. Ich bin bei der Formation. Was nimmt man, was nimmt man? Wir brauchen was gut zu tun. Nein, die ist viel zu viel. Aber super. Geh mal hoch, geh mal hoch, geh mal hoch, geh mal hoch! Schlecht? Schlecht? Okay, ich habe 4-3-3 normal und kriege direkt den 93er Pogba. Okay, wir müssen mal weitermachen. Wir haben 4-3-3 offensiv und bekommen... Äh, 94er Messi. Nehmen wir mit, oder? Nehmen wir mit, ja. Ah, ja, Rating, Rating. Es geht nur um die Bewertung, ne? Genau, ja, hol da der Chemie, ne? Es geht um dein komplettes Rating. Komm, mach weiter hier, Thomas. Also das, was am Ende da steht. Was am Ende dabei rauskommt, genau. Oh, was nehme ich? Ach, du Scheiße. Alles gut, alles gut. Ich brauche linke Seite Premier League. Ach, du Scheiße, bei uns. Wir brauchen nicht ihn hier direkt drauf. Alexander, der... Oh, ja! 97er Ronaldo! Fuck, fuck, fuck. Wie viele Spiele habt ihr bis jetzt? Drei. Drei, wir haben gerade unseren Sturm steht. Ja, okay. Und you? Okay, ich habe gute Premier League. Das ist jetzt mein fünfter Spieler. Okay, ach Gott, der gibt Gas. Zimmer, hopp, hau mal ein bisschen rein hier. Ich quale nicht, quale nicht. Ich brauche links noch rein. Ich will mich nicht auf Premier League festlegen. Ich brauche... Spanische Liga, oh! Team of the Year in Yesta oder Team of the Year. Ach, du Scheiße! Nice! Nice! Ja, musst du, ne? Dann kann ich den nicht sofort auch so linken, wenn ich hier noch Spanische Liga bekomme. Ja! Baby Boys, I'm the one to be my fantasy. Machst du jetzt auch eine auf Benji und singst hier alle DSDS? Ich wollte sagen, was ich besser bin. Also, ja, selbst mit deiner Halsverletzung musst du besser. Halsverletzung. Let's go, jetzt Spanische Liga! Passt ja gar nichts mehr. Okay, Hummels, Totts... Ne, wir brauchen Goudini, Jungs. Wir brauchen... Ne, meine... Wir brauchen die Spanische Liga. Ja, Spanische Liga ist immer gut. Die brauchen wir auch hier. Fuck, Risiko. Ich glaube, ich bin gerade richtig dickes Risiko. Egal, wem brauchen wir. Fuck. Jetzt brauche ich... Ja, jetzt muss ich hier... Bei uns kommen die ganze Brasilianer gerade, aber... Oder Premier League. Mangala wird halt passen, ne? Wir machen mal Premier League. Fuck, ey. Nicht gut. Können wir mal einen Gala. Danilo, Danilo, Cavacal. Wird schon noch was kommen, oder? Ich bin jetzt beim Torwart, wo seid ihr? Ja, wir sind jetzt bei Innenverteidiger. Ja, ja, ja. Alter, ich kriege einen Non-Rare-Keeper. Oder? Wir stracken hier rum, wir stracken hier rum, wir machen hier komplettes Risiko. Werden wir belohnt, werden wir belohnt! Nein! Komm, gib mir einen guten Keeper. Geil, Demi-Ker, das hat uns aber eigentlich so verdient. Hättest du ein besserer Ding mitgenommen, ne? Was ist das denn, Alter? Ach, du Scheiße, kommt hier eine Krütze zustande, ey. Du kannst ja absolut keinen Krieg gewinnen, ey. Ja, Mann, Rulli ist wichtig. Weil er auch noch Argentinier ist. Ja, 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 Rulli ist stark. Ja, Mann, wir sind wieder zurück im Business! Da muss man Gala mitgenommen. Wo ist meine Liga Santander, Junge? Liga Santander. Der sieht schon gut aus. Wir sind jetzt gerade auf der Reserve, fangen wir an. Von hinten. Von hinten. Oh, Tremolinas. Was soll ich mit dem, Bro? Ja, links. Come on. Ja! Ja! Wichtig! Wichtig, Sam. Oder ist es... Nein, das ist ja Frankreich. Ist zwar vom Rating nicht gut. Nee, nee, passt, 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 bra. Passt. Gib mir einfach Team of the YoKos für euch einfach. Kacke, ich war gerade so nervös, Alter. Warum geht da nichts aus? Ich hab schon gesagt, ja, aber der bringt uns nichts. Aber müssen wir mitnehmen, ne? Ich hab schon gerade an mir gezweifelt. Ich sag, der bringt euch, wenn wir den hier hinstellen, Alter. Holt da was raus. Ja, komm in die IV, bringt er schon allein. Komm! Jun... 86er Rooney, okay? Boah! Rooney! Ja, Lackersettos. Scheiße! Also, ich sag mal, geile Spieler kommen bei uns. Es könnte... Boah! Ich baue so einen Scheiß-Draft. Musst du mitnehmen. Hauptsache, ich hab gerade 88 Chemistry und 88 Bewertung. Nazi ist da. 88 Bewertung haben wir auch und 89 Chemistry. Ey! Team of the Season Manet 91. Sehr gut fürs Rating. Boah, und der passt bei dir auch noch, ne? Der passt bei dir auch noch. Ja, nicht, nicht so richtig. Nicht so richtig, nicht so richtig. Das ist ja gerade mein Scheiß-Handy vibriert. Boah! Bail ist wichtig. Der pickt uns auch nix, ne? Ne, pickt uns nix. Baylor. Ich werde so gerade gefickt von mir selbst. Wir müssen das mal holen, ne? Wir müssen das mal holen, jetzt hier was. Boah, passt gar keiner. Passt gar keiner, kann es den besten nehmen. Memphis? Ja. Was sagt ihr für ne Bewertung? Ja, wir haben das nicht ganz umgestellt. Ich sehe es auch gerade gar nicht. Boah! Geil! 94er Hazard. Was ist da los? Läuft bei dir ne Mathe, oder? Let's go. Der fickt zwar ein bisschen Chemistry, aber Bewertung ISA. Gib uns doch mal was ein Toritz. Ja, aber warte mal kurz, das ist gut, das ist gute Ganso und ne Ding. Guck mal, was ist denn Ganso? Guck mal, kannst du da hinstehen, dann wird wenigstens hinten Ding noch was abbekommen, ne? Ja, bitte. Du kannst dann rüber wechseln. Und den du? Ich krieg so viel Scheiße. Geil, nimm mal ne Ganso, ne? Ich würde auch Ganso, glaub ich, ne? Ja, erstes Tipp. Nimm mal ne Ganso, stellen wir mal ganz frech hier hin. Ja, damit macht... Ah, Scheiße. Ja, du, weil der... Ja, er kannste in die Mitte stellen, ne? Wie viele Spiele habt ihr noch? Noch drei Stück. Ich auch. Ja, okay, die drei letzten. Wir brauchen noch was. Bei was für einer Bewertung stehst du aktuell? 88 Messi. Jawohl. Oder Martial. Scheiße, was mach ich jetzt? Ist egal, wen nehmen. Ich brauch Messi. Ich brauch Messi, glaub ich. Boah, das wird richtig eng sein. Martial, ich muss Messi nehmen. Warum, 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 warum? 90 Chemistry. Du musst der Beste mitnehmen, oder? Ja. 93 Chemistry. Obwohl, hier, guck mal. Ja, der ist besser wie der Silberne, den wir haben, ne? Ja, der passt ja auch hier. 96. Ja, geil, geil. Also 100 der Chemie ist da, aber die Bewertung ist halt... Fuck. Hast du 100 der Bewertung? Äh, 100 der Chemie? Nein, nein, leider nicht. Das ist das große Problem. Komm. Das ist das absolut große Problem. Aber Timo, ich glaub, ich hab ne Idee, wie wir es verbessern könnten. Gib's mir mal ganz kurz. Fuck, 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 fuck. Weil, wir durch den... Ich hab noch zwei Spieler. Wir könnten den wieder raus machen, ne? Come on, come on, come on, come on, come on. Ich krieg Silber, was will ich denn mit Silber? Durch den Trainer, ne? Weil wir waren grad auf 87. Und durch den Trainer könnte man dann, ne? Ey. Auf die 100 kommen und dann könnte man das nochmal wechseln. Ich glaub, sonst haben wir nix mehr zu machen hier, oder? Fuck. Was habt ihr für ne Bewertung? Ja. Ja, 87er Bewertung. Wir haben noch nicht sortiert. Aber 100er als Chemie kriegen wir auf jeden Fall. 88 sogar. Komm schon, jetzt lass mich nicht im Stich. Gib mir den spanischen Sechser. Mach es einfach. Gib mir den spanischen Sechser. Bitte. Ja, Ben Yedda. Spanische Liga. Bitte. Das muss es sein. Trainer holen wir ab, oder warten wir noch? Franzose, warte noch. Ja. Nein, der bringt nichts. Ja. Ich seh zwar nix, aber ich feier. Doch, der bringt was. Ja. Ja, was hast du denn? Ja. Ich ordne jetzt. Ich ordne jetzt. Was habt ihr? 187. Ja. Bitte, komm. Komm. Gib mir 188. Komm schon. 188. Okay. Das gibt's nicht, Mann. Let's go. Hast du die 100er der Chemie? Ja, ich wähl den Manager aus. 100 Chemistry ist da. Wir wählen mal auch den Manager aus. Es kann sein, dass wir noch was umstellen müssen. Oha, perfekt. Perfekt. Ja, bei mir passt es auch perfekt. Alles klar. Was steht denn bei dir für eine Bewertung im Screen? 188. Nein. Wir haben 100. Warum? Warum? Äh, 189 sogar. Ich hab 89er Teambewertung jetzt. What the fuck? Was? Ja, krass. Wo kommt die denn her? 189er. Wir haben 187. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Stirnband abschossen. Ja, warten wir noch ganz kurz. Wir haben 189, du Lutschgurke. 189 auch. Jetzt müssten wir gucken, ob wir irgendwie noch die 190 rauskriegen können. Na, aber nicht. Wo habt ihr 189 her? Ja, wir hatten sie die ganze Zeit. Es geht jetzt nur noch drum. Bra, was könnte man, guck mal, irgendwo, stellen wir mal hinten, äh, Bale irgendwo noch rein. Wir sortieren mal noch, weil manchmal hübsch, hübsch. Warum hast du jetzt auch 189? Keine Ahnung. Wir haben schon so gefeiert. Ich würde sagen, wir stechen das aus, indem wir, wir machen nochmal einen Draft und wer den besseren Kapitän hat, gewinnt. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Okay, da machen wir es so. Ja. Alles klar, Jungs, ihr habt es gerade gehört. Wir machen jetzt ein Stechen und zwar gehen wir jetzt nochmal in ein neues Draft rein und da entscheidet das Rating vom Kapitän. Boah. So, Leute, wir kommen zum Stechen. Wir gehen jetzt nochmal in einen Draft rein, 15.000 Münzen, let's go. So, Formation ist egal. Ja, ist egal. Ah, guck mal, wir müssen mal. Ja, wir nehmen die. Ja, wir nehmen die Formation. Einfach die erste nehmen, ne? Ja. Okay. Okay, die gehen auf. Ruhig, klapp, ruhig, klapp, ruhig, klapp, ruhig, klapp, ruhig. Unser Kapitän ist da. Deiner? Sagt ihr euer Rating als erstes. 83. 77. 90. 90. Und die Bräune 91. Laber nicht, ich habe auch 91 als höchsten. Ah, dann selbe nochmal, oder? Wer ist der zweithöchste bei euch? 90. Okay, meiner 87, dann würde ich sagen, habe ich das verkackt. Ja, aber das Ehrenmann-Aktion. Endlich mal gewonnen, aber das Ehrenmann-Aktion, ja. Fein ein, fein ein. Okay, Jungs, Stirnband ist gekauft. Und er muss jetzt diskartet werden. Richt noch ein paar Worte an ihn. Was hat er für dich in FIFA 17 so bedeutet? Stirnband. Ich hatte dich lange Zeit sogar in meinem Main-Team. Damals, damals, als ich noch mein Main-Team hatte mit Pelé und Stirnband da vorne. Junge, die haben alles zerstört. Das waren echt Monster. Deine 92 Tempo, die haben mich immer so angemacht. Deine 87 Schuss, dem habe ich Hunter gegeben. Dann waren das gefühlt 100 Schuss. Wie meine Nerfgaben. Komm, schießen jetzt weg. Stirnband! Er ist weg. Oh, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, seitdem wir mal wieder... Gegen Game of the Lord, dass er gegen uns abstoßen muss. Ja, das ist echt ewig, ewig lang her. Man muss auch sagen, diesmal ist es nicht spielerisch entschieden worden. Ja, weil wir sind ja auch... Aber ich sag mal, das ist mal ein gutes Omen für FIFA 18. So können wir direkt mal rein starten. Denke ich auch. Ja, ja, das ist hier wieder das Gelaber. Hört euch statt nicht an. So, Jungs, wir sind jetzt auf jeden Fall raus. Ich hoffe, dieses Draft-Battle hat euch gefallen, beziehungsweise dieses Legenden-Discard-Battle. Die Gewinner kriegen auf jeden Fall die letzten Worte. Checkt den Kanal von den Teasy-Jungs ab. Ja, ich musste gegen den Teasy-Schuhl euch abstoßen. Erster Link in der Videobeschreibung. Aber ich freue mich, hier auf deinem Kanal die Abschlussrede hier halten zu dürfen. Und zwar nochmal ganz, wirklich ganz tiefen Respekt an... Bye, have a great time.